Der Männlichorgasmus ist, glaube ich, Bäm. Es kann ein längeres Bäm werden, ein kürzeres Bäm werden und ein Prostata-Bäm werden. Das unterscheidet sich tatsächlich, aber es ist grundsätzlich so ein Bäm. Sportler sagen immer, es war fast wie ein Orgasmus. Es werden Weltmeister-Wehr gewonnen, es war fast wie ein Orgasmus. Also denke ich, jeder Orgasmus muss besser als Weltmeister werden. Das ist der schlichte Wahnsinn. Also es ist schon einfach so eine große Energie in einem und wenn die dann explodiert, dann ist das einfach was völlig Losgelöstes. Dann sind da keine Gedanken mehr, sondern im Zeitpunkt des Orgasmus hat man ja nichts mehr im Kopf. Das ist das Schöne daran. Wenn man das jetzt so alle Orgasmen, die ja wahnsinnig verschieden sind, so mal auf den Männer bringt, ist es denke ich schon wie eine Welle, die kommt und dann irgendwann bricht. Also es ist etwas, was sich steigert auf den Punkt irgendwie durch so ein Nadelöhr will und dann rauskommt. Was Sex angeht, wäre ich auch gerne meine Frau. Dieses Mysterium, der weibliche Orgasmus mal selber erfahren zu dürfen, klar, also Geschlechtertausch her damit sofort. Ich möchte einen Tag lang die ganze Nacht Sex haben, gebumst werden. Ich will unbedingt wissen, wie das ist. Dieses etwas drin haben, kann man sich einfach nicht so vorstellen. Da hilft auch nicht der Harnisch eben um die Hüfte gebunden und man hat dann Analverkehr mit seiner Freundin andersrum. Dieses so den Körper anbieten für den männlichen Orgasmus muss ein wahnsinnig tolles Gefühl sein. Ich würde wirklich gerne wissen, was das ist. Das muss großartig sein. Also wenn natürlich ein Pillermann heißt wie ein Regenwurm, dann möchte ich dann keine Frau sein. Das ist sehr schrecklich. Aber ja, das muss großartig sein. Wenn so ein Tier da in dich reinkommt, das muss sehr großartig sein. Das ist ja diese Machtergreifung und du bist dem Erlegen. Das muss großartig sein. Das muss sensationell sein. Das muss großartig sein.